Und ein Bip, ist das der Bob? Ja, willkommen zurück bei Lara Croft. Also Guardian of Light. Mit dem Bip. Und dem Bob. Ja, den hatten wir schon. Ja, waren wir da schon drin? Ja, da kommen wir gerade raus. Wusste ich doch. Ja, also nochmal zum Nachvollziehen. Wir sind quasi über den Eingang zum Ausgang der Superspinnenwuff gegangen. Ja. Und wir brauchen halt noch eine dritte Scheibe. Ja, aber hier müssen wir lang. Guck mal, hier ist nämlich gar nicht eingezeichnet. Da unten. Ja, du hast recht. Hack dich an mich und ich seile dich runter. Nein, du umgekehrt, Mann. Du seilst dich runter. Ich halte dich fest. Natürlich. Halt dich an mir fest. Ja, aber komm mal näher an die Kante, bitte. Wenn dein Leben dicht... Ja, da siehst du nämlich wieder, wie scheiße die Steuerung ist. Du musst in die andere Richtung drücken. Nein, ich drücke nach unten und ich gehe nach unten. Alter, wie wir einfach wieder ein fettes... Ich drücke nach oben und ich gehe nach oben. Ja, das wollen wir nochmal sehen. Also, ja. Ja, okay. Da sind wir wieder bei Trollen Me Live. Nein. Also die Spinnenluft wollen wir öffnen. Easy. Und wir haben das gecleared. Du hast es richtig gesagt. Den Bereich hatten wir noch nicht. Es fehlen noch ein paar Trucks. Und es fehlen noch ein paar Crucks. Grillzirpen. Guck mal da. Ja, ich... Die Muni kann zu dir gerne holen. Ich habe die Kristall hier gesehen. Hier ist irgendwo so ein... Nee, du hast hier... Du brauchst die Muni, Mann. Ja, ich brauch die Muni. Ich weiß, ich habe einen Schuss aus meiner Schrot abgegeben. Ja, so ist es. Ist dir schon aufgefallen, dass wir total viel Energie haben? Ja, mir ist vor allem aufgefallen, dass es hier noch eine zweite Kugel ist. Ja, die brauchen wir bestimmt später. Hier, Secret Secret. Endlich habe ich mal was gefunden. Secret, Secret Muni. Hier kommt man nicht runterfallen. Ich falle nicht runter. Kurz abkürzen. Hier, geh hier rüber. Ist wichtig. Geil. Abgekürzt. Wir müssen auch mal so ein bisschen Mechanics zeigen, dass wir es eintreten können. Alles klar. Hast du gerade den Tempel gesprengt? Ja, guck mal hier. Die sehen doch so aus, als würde da noch ein Zimmer drin sein. Und so ist es auch. Also nicht hier, aber bestimmt. Aber es ist schon spannend, dass man sich tatsächlich sprengen kann. Ja. Finde ich doch. Aber ganz ehrlich, ich glaube... Aber hier... Ganz ehrlich, wenn wir die Sonnendecke gemacht haben, dann müssen wir die Kugeln in diese Dinger rollen. Würde ich sagen. Ja, könnte sein. Vielleicht müssen wir die auch rumkugeln. Weißt du, wie... Ja. Ja. Zirpen bitte mal wieder. Ja, ich... Tut mir leid. Achso. Ja. Ja, finden Sie die letzte. Ja. Ja. Ich habe auch eine Idee. Guck mal jetzt. Leuchtet. Wow, wow, wow. Wo kommt er denn? Wo kommt er denn her? Stell dir vor, du gehst mit deiner Lair durch die Tempel und plötzlich taucht ein Hai auf. Ja, das wäre richtig kacke, Mann. So, hier ist der Weg. Ja, das ist der Weg. Das ist der Weg. Also, wir gehen hier jetzt runter. Wir haben auch das Plateau unten noch nicht erkundet. Also, wir müssen das von der Sonnenscheibe holen. Und dann müssen wir noch da unten links sein. Ja, genau. Ja. Okay, let's go. Geh vor, du bist mutig. Ja, Coco. Ich habe hier Kristalle gesehen. Du kämpfst wie die Monster. Du bist auch gut. Natürlich. Ist das richtig? Ich würde keinen Sprung werfen können. Das wäre so 10. Alter. Ja, das war clever. Das war ein Truck-Mod von 10. Das war auch clever? Sag noch mal, war es clever. Das war nicht clever. Alter, Karl ist auch nicht clever. Clever, das war klarer. Äh, Lara. Oh, da macht es rum. Alter, warum kriege ich das immer ab? Egal. Ich hole mir mal erstmal die Kristall, die Muni. Und dann wurde ich mir hier... Ja, du brauchst anscheinend aber auch alles. Kristall-Mod und Leben. Ja, vielen Dank. Ja, also, weggeschroht, weggeschroht. Da sind die Points. Hast du gesehen? Kombi-Points. Ich habe ein mieses Gefühl. Ich glaube, wir kriegen die 300.000 Punkte gerade nicht. Wird eng. Aber ganz ehrlich, die Frage ist, müssen wir nur die Gruft öffnen, die Spendengruft? Oder zählt auch noch der Bereich in? Lass mal gucken, ob hier oben noch was ist. Ja, alles klar. Wir brauchen ja auch immer noch irgendwelche Schäden. Hier oben vielleicht. Nein, schade. Aber hätte ja sein können. Ja, hätte sein können. Wir haben sieben von zehn Schäden. Ja. Wir haben uns natürlich auch belesen. Wir wissen jetzt alles über die Azteken. Zum Beispiel, die Hauptstadt der Azteken ist ja Tenochtitlán. Ja, genau. Tenochtitlán. So. Sagen wir mal das Lebenspack ein, bevor du weiter philosophierst. Wollen wir erstmal zu der Bundesinsel? Ja. Hier rüber? Ja, da oben ist ja die Sonnenscheibe. Ach so. Wollen wir auch erst links? Ja, wir wollen erst mal darunter, oder? Ja, also ja, wir waren ja so halb hier, glaube ich. Nee, hier waren wir noch gar nicht. Hier halt noch nicht. Bei den ganzen Kristallen hier waren wir noch nicht. Stimmt das recht. Alter, du bist so ein... Stellender Roller, meinst du, ne? Turbowoller. Hier ist ein Bonus Grab. Oh Gott. Wir müssen aber auch noch irgend so ein Geheim... Alter, guck mal, was da alles rauskommt. Ich kann das reflektieren. Ja, ist mir egal, was du kalt hast. Also haben wir die Schroh draufgehalten. Nein, die M16. Alles klar. Hier ist wohl nicht für dich, für deine M16. Ja. Guck mal, obwohl du so viele Minuspunkte gesammelt hast, weil du an der Dauer gestorben bist, hast du jetzt schon wieder 96.000. Ich will nix hören. Es läuft noch gut bei dir. Ich rufe mir jetzt. Obwohl du so oft gestorben hast. Wir spielen ja auch auf schwer. Wir suchen ja auch die echte Herausforderung. Ja, wir knacken die Nuss. Alter, es ist... Ja, was kommt hier jetzt? Ich erwarte irgendwie noch irgendwas bei dir. Da oben. Das ist eine heftige Falle, oder was? Also ganz ehrlich, was passiert jetzt, wenn wir auf diesen Knopf drücken? Schreibt es in die Kommentare. Und damit bis zum nächsten Mal. Ciao. Nee, aber wer stark wäre, der ist Krieg, der geile Prediction in die Kommentare stellt. Ja, aber Krieg, das kannst du gar nicht sagen. Krieg predikte das zufällig richtig, weil er weiterguckt und es dann schreibt. Und er kennt das auch schon. Ja. Okay, ich stelle mich auf den Schalter und du löst das Rätsel. Ja, gar kein Thema. Wenig beeindruckend. Na gut, das würde ich reichen. Jetzt musst du auf die... Du musst von der Treppe was werfen. Ja. Das mache ich. Äh, das ist zu hoch? Ja. Der ist vielleicht nicht schlecht. Ja. Und jetzt noch einen hohen. Ja, warte, wir probieren wollen. Vielleicht hast du schon? Ja, Prediction. Totdeck hat es gesehen. Alter, die Ton... Die Tonäule, den Tonali. Ja, richtig gut. So, und jetzt wissen wir natürlich alle... Hoppla. Da wäre der Schädel gewesen. Das wäre stark. Das wäre stark, aber war leider nicht. Was kann denn die Tonäule? Können wir die irgendwo einsetzen? Da Artefakte. Ist schon wieder was Neues. Ja, wir haben den Ton... Da, Tonäule. Tonäule. Plus Verteidigung, minus Bombe. Das wäre für mich eigentlich nicht so schlecht. Ja, es ist vor allen Dingen vielleicht besser... Ja, die Frage ist halt, wir haben jetzt ja Waffe hoch und Bombe runter. Und Verteidigung runter. Aber wir wollen ja gar nicht Verteidigung runter. Ja, eben. Und dann haben wir jetzt quasi Verteidigung hoch. Jeder liebt Eulen. Eulen sind voll cool. Die sind zwar total dumm, weil die nur ein ganz kleines Gehirn haben, aber die gelten ja als super schlau. Gut, ich bleibe bei Plus Waffe, minus Bombe. Wieso bleibst... Nein, bleibst du nicht, Mann. Natürlich. Plus Waffe, minus Bombe. Wieso hast du denn Steinfall da... Oh, guck mal da. Was ist das denn? Minus Bombe plus Tempo. Ja, will man das haben? Ja. Ich hab den. Ja, Steinfall. Und nicht den. Waffe minus Verteidigung, Waffe minus Bombe ist. Waffe minus Bombe ist für mich... Leute, ich bin ganz ehrlich, ich bin Mr. Tempo. Da sehe ich mich. Ich individualisiere mich mal einfach anders. Aber... Ach so. Wir können zwei Artefakte ausrüsten. Ja, hast du da auch. Ich habe jetzt Plus 2 auf Waffe. Ja. Und Minus Verteidigung, Minus Bombe. Ja, aber du hast ja auch deinen Schild, Mann. Alter, was meinst du, wie der jetzt seine Speere wirft? Alter, der wirft seine Speere bis nach Bettman zurück. Weißt du, für den haben sie bei den Olympischen Spielen den Speer schwerer gemacht, damit er nicht mehr so weit wirft. Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Wenn der bei den Olympischen Spielen mitmachen würde, für Mexiko, ja wahrscheinlich. Nein, aber wie doof ist es, stell dir vor, du bist Rekordhalter bei den Olympischen Spielen, weil du den Speer so richtig geil mega weit werfen konntest. Und dann sagen sie dir, ja, kacke, unser Stadion ist nicht groß genug, wir machen die Speer jetzt schwerer. Ja, das wäre doch... Also wir machen den vorne jetzt schwerer, damit er schneller fällt. Ja. Es fehlt das richtig mies. Also du kannst, also, ja, Weitsprung, da kannst du halt nichts daran ändern. Also du kannst die Leute halt so Zementschuhe anziehen, aber das passiert ja auch. Das ist ja auch geil. Du kannst dich hier noch heilen, aber nicht, wenn Todeck sich heilt. Oh, Todeck. Oh, ich sehe noch was drauf. Oh, der Schädel. Da haben wir auch. Ja, da hat er, also ich gehe hier hoch. Hä, das muss doch gehen. Warte, ich gehe da hoch. Alter, das schaffst du nicht. Ja, das schafft du nicht. Todeck schafft das nicht. Die Stimmt schafft Todeck das nicht. Ja, Mensch, Todeck hat einfach alles. Wieso kann der alles? Jesus ist hier so ein doppelter Bogen, ich spreng den weg. Oh, wow, what? Wäre geil, wäre das ein versteckter Truck gewesen. Ja, Truck, genau. Der Uhrzeit-Truck war so ein Bogen. Guck mal hier, weißt du was? Ich glaube, das Ding... Ja, genau. Scheiße, Mann. Deine Predictions sind voll gut, Mann. Die sind richtig crap, anscheinend. Ähm, da ist die letzte Sonnenscheibe. Ja, dann lass doch mal jetzt hier lang gehen. Wie bist... Also, ja, nun mal... Ja, über das Podest. Ja, ich komme da einfach. Wie bist du nur? Wie hat er nur? Wie hat er, aber... Er antizipiert. Ja. Guck mal, Lara läuft einfach hinterher. Das ist es halt. So, klären wir jetzt erst das Plateau hier. Ja, natürlich, hier ist nichts. Kann man sich absagen? Ich sehe nichts. Ja, da... Oh, Position. Aber die habe ich extra für... Da oben. Finden Sie die Riesen-Echsen-Dämon? Du hast ihn gefunden? Anscheinend ist er hier irgendwo. Was würden Sie jetzt optionale Ziel? Da ist er, Mann. Ich habe ihn für 3000 einfach umgehauen. 3000 ist nix. Hier ist Leben. Hier ist einiges. Kann man das einfach wegsprengen und da kommt es runter? Ich habe es probiert. Aber das ist schlau überhaupt. Eigentlich ist es ganz klar. Man kann das hier wegsprengen. Ja. Wo war das schlau? Ich frage gerade, ist wegsprengen wirklich schlau? Ja, ist es. Können wir nicht über... Kann sich doch hoch springen, wenn ich den Schild enthalten? Ja, doch, kann ich. Oder es ist zu hoch. Nein, du kannst da... Jetzt geht aber hin da. Siehst du schon, mich da. Ja, ein bisschen einfach. Ich habe wieder ein bisschen Power-Ups entdeckt. Hier ist die letzte Kugel. Haben wir jetzt wirklich den nächsten Menschen gekillt? Ich glaube. Ja, doch, ich habe meine Schrotflinte. Ich gucke auf die Bonus-Ziele. Ja. Überqueren Sie den Fluss haben wir. Queren Sie den Riesen-Echsen-Dämonen? Du bist echt nicht schlecht. Ja, ich habe den einfach umgebrochen. Respekt, du hast den einfach geklatscht. Ja. So, also, wir müssen hier rüberkommen. Das ist nicht schwer. Guck mal, da oben. Du kannst dich jetzt einfach rüber schwingen. Und dann kannst du mich holen. I trust in you! Das war leider nicht gut, weil... Was soll ich sagen? Du musst... Du bist da. Ja, ich habe Punkte verloren. Jetzt gehst du da hoch und holst den Mist. Ja, haben wir doch. Ja, haben wir. Bringen Sie... Wie viele Schädel haben wir, Herr Wipp? Äh... Ja... Acht. Da fehlen, glaube ich, noch zwei nach Adam Riese. Nicht schlecht. Ich würde dir sagen, überwiegend sicher. Zahl 3, 1 bis 10. Nicht schlecht, Bob. Das heißt, wir haben irgendwo zwei Schädel übersehen. Na, die kommen ja noch. Aber nicht in der Gruft, glaube ich. Kann ich mir nicht vorstellen. Doch, kann ich mir vorstellen. Echt? Kannst du dir vorstellen? Ja. Lass uns mal auf die coole Karte gucken. Wo sollen die sein? Kommen wir da unten auch wieder zum Start oder müssen wir hier hoch? Hier hoch, ne? Ich glaube, wir müssen hier hoch. Lass uns nochmal da unten gucken, was da war. Ja, lass... Ja. Ich bin mir grad unsicher. Alter, Lara springt auch so richtig dumm. Hier war nichts mehr, ne? Ja, doch hier oben waren wir doch gar nicht, oder? Nicht so richtig. Was machen wir denn... Die Frage ist auch, was machen wir denn mit der Kugel eigentlich? Die Kugeln müssen, glaube ich, nachher auf diese Sonnensymbole gerollt werden. Ja, aber die können wir doch da gar nicht hinrollen. Das würde ich so nicht sagen. Aber guck mal, hier waren wir doch noch gar nicht. Doch, hier haben wir das mit dem Munitionsabgret gemacht. Ja, hier hast du ein Speer geschmissen. Ja, ja. Ja. Du hast den Echsen-Demon getötet. Ja. Ja, aber hier... Wir gehen jetzt erstmal hoch. Achso, ja, hier wolltest du dich nicht abseilen, weil du sagst, hier ist nichts. Ja, guck mal, hier können wir lang. Und dann? Können wir hier lang. Ja, ich warte, bis du runterfällst. Guck mal, und das ist das Mega-Secret. Das wäre schon gut, das nicht? Das wäre richtig geil. Muss ich sagen, aber machen Sie bestimmt nicht. Gleich müssen wir den ganzen Kackwegen wieder zurücklaufen. War hier rübergebackt. Ja, aber können wir ja nicht da rüberspringen? Ja, mach doch. Ich habe mich rübergebracht. Ah, wie schön. Ja, das war schon ein bisschen schön, ja. Das war schon wieder ein bisschen dumm. Weißt du, du denkst, du hast so das Mega-Secret. Ja, war doch nicht so mega-Secret. Warte mal, ich muss hier natürlich auch über die Brücke laufen. Totech wartet auf dich. Ja, der ist ein echter Gentleman, der Typ. Es ist halt auch Totech. Ja. So. Hast du das gehört? Ja, das hat einen Bummen gemacht irgendwie. Forten Hüttenhof. Ich halte ihn auf. Ich halte ihn auf. Ich halte ihn auf. Keine Sorge, Mann. Guck mal hier. Keine Sorge, Onkel Mac. Ja, nur noch drei Schuss, Mann. Außerdem ist er im Keller eingeschlossen. Alter Falter. Der wollte uns aufbauen. Da kommt noch mehr. Also die Schroh ist vor allem gut, um die auch zu stoppen. Die können nicht chargen, wenn du die dann noch eine Schroh ist. Und du kannst auch nicht chargen, wenn er dir so eine schöne Energie hat. Und das ist ja schon klar. Ja, ich glaube, hier im Gewicht ist es, glaube ich, Moni. Moni ist für Pussis freundlich. Ja. Ja, brüch doch. War ich doch. Oh. Aber haben wir jetzt eigentlich diesen... Eben mal ganz ehrlich, was soll das mit diesen Kugeln? Ich bin Hammer verwirrt. Erwartet ihr das noch? Ist das noch? Ja. Okay. Ist gut, dass du dich um sowas kümmerst. Das kommen gar nicht an die Schuss. Alter, die Magnums. Toto hat die Magnums für sich entdeckt. Aua. Alter, Alter. Alter, hier durchregelt. Ich mach sie alle. Alter, du machst sie alle? Ja, natürlich schieben wir immer noch auf Lara. Ich mach sie so an. Ich hab nichts mehr. Also ich hab eine gute Nachricht für dich. Ja. Wenn deine Waffe mal leer ist, wird automatisch gewechselt auf die Standardwaffe. Ja, danke, dass du mir das nicht mitteilst. Das ist ja noch vor zwei Parts, haben wir das noch gelesen. Ich hab das nicht gelesen, ich kann nicht lesen. Ja, das ist in der Schule. Da, darum kümmert sich die weiterführende Schule. Also irgendwie hat hier 200.000 Punkte abgecashed. Ja, also einer von uns. Das weiß ich nicht. Einer von uns. Wir kennen siebzigtausend. Koko Ohm hat den Speer durchgeladen. Ja, aber wir brauchen immer noch... Guck mal, hatten wir jetzt eigentlich diesen... Oh, 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 oh. Wir haben immer noch so eine komische Kugel angefangen. Wir müssen immer noch klären, was das damit auf sich hat. Ja. Das könnte aber hier... Ich könnte aber sprengen. Ne. Wir können auf den Tablet auch noch rauf. Wir müssen ja noch nicht direkt reingehen. Wir können erst mal gucken. Ja, ja, und da hatten wir eigentlich ganz am Anfang, war doch irgendwie so ein Schädel, den wir gesehen hatten, auf so einem Wasserding hatten wir den eigentlich reingesetzt. Den haben wir geholt. Ich darf hier nicht sein, ich glaube. Das geht gar nicht, guck mal hier. Ja, da ist... Buggy Fatale. Ja. Ich glaube... Meinst du nicht, wenn wir da reingehen, ist der Level durch? Ne, ich glaube nicht. Okay, dann rein, na. Ja, na ja. Also, wir waren nah dran an den 300.000 Punkten. Wir haben auch fast alle Schädel eingesammelt. Ei, 8 von 10. Der holt sich Portochtli. Warum haben wir denn den letzten Truck nicht gefunden? Das auch nicht. Wir haben nicht mal die Tonechse bekommen. Alter, und die Automatik-Schruttflinte. Ich glaube, die Tonechse habe ich damals mit dem Krieg geholt. Ist das so? Ja. Schon. Warum sind wir denn da reingehen? Weil der kriegt die Trucks immer weg. Du hast gesagt, da geht das Level weiter. Ja, dachte ich auch. Ja. Was machen wir denn jetzt? Ja, jetzt geht es weiter. Ja. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Vielleicht schneiden wir es bestimmt noch rein. Ja, ja, natürlich. Können wir hier wieder rausgehen? Hallo? Ne, können wir nicht. Ach so. Levelziele. Ja. Zwölf Sprünge über dreifach Falle. Easy. Schlagen Sie ein Ass. Sammeln Sie zehn rote Schädel. Haben wir ja immer geschafft. Besiegen Sie Leglion, die Königin aller Spinnen. Wahrscheinlich, weil die Eier legt, ne? Leglion. Ja. Leg die Leon. Ja, leg die Legion. Legion. Fahren Sie die Brücke in maximal vier Minuten aus. Ist ja eigentlich geschenkt. Ist geschenkt. Das machen wir also gar nicht erst. Dann let's go. Ja. Oh, 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 oh. Nehmen Sie die Abkürzung. Ja, haben wir ja vor. Mir nach. Ich bin Ortskundiger. Ich bin Totec. Ja, Totec muss sich ja überall hier auskennen. Der hat das Schiedschen braut. Ja, Totec, hier gibt es übrigens Spinnen. Totec wollte nicht gerade darüber aufklären, dass es hier Spinnen gibt. Und da ist die Mutter aller Spinnen. Ach, nee, ist sie nicht. Okay, dann habe ich Angst vor der Mutter aller Spinnen, ehrlich gesagt. Wie muss er dann noch größer sein? Ich frage mich natürlich auch, wann haben die Asztheken bitte schon solche großen Spinnen gezüchtet? Ja, wovon leben die vor allem? Stimmt. Ich meine, die haben ja nicht alle vier. Oh, das ist schwierig. Oder kommen die jetzt immer, wenn ich hier am Hebel ziehe? Das wäre natürlich schwierig. Da ist doch was für dich zum Rüberjordeln. Jetzt musst du da rüberjordeln. Aber. Ja, ich kann da nicht rüber, Mann. Die Easy Snack. So. Ja, dann komm noch rüber. Soll ich dir so seitliche Dinger Speers setzen oder willst du dich schwingen? Geh mal weiter zurück. Okay. Aber es ist sicher. Wäre natürlich auch geil, wenn da drinnen noch irgendwie so ein roter Städel wäre. Ja, bei denen würde man sehen. Also wir müssen die echt offensichtlich woanders übersehen haben. Aber wenn wir später das Video schneiden, dann wird uns das schon auffallen. Was? Ja, klar. Wohne ich für dich. Du hast ja so viel Schrot draus geballert, Junge. Ja, die wollten ja auch. Die wollten ja auch. Wir hatten ja auch nichts. Es gab ja auch nichts. Den springe ich weg hier. Geh weg. Der Kudde, ey. Der Yole musste weg. Wir haben einfach einen Truck übersehen. Wie konnte das passieren? Ja, den müssen wir echt richtig dumm übersehen haben. Ich glaube, den kann man bestimmt richtig gut sehen. Krieg wird es schon tausendmal in die Kommentare geschrieben haben. Ja, ich glaube auch, Krieg ist so ein Kommentarschreiber. Bin ich ehrlich? Oh, nicht schlecht, Herr Wim. Nicht schlecht. Holst du mich zu dir? Gehst du noch ein Stück weiter nach hinten? Ja, aber ist es das? Ja, es ist es. Guck mal. Du kannst ja auch unten abseilen. Da unten war was. Ja, die Falle. Ja, eben. Das sage ich so aus, als wäre noch was. Was ist da? Lass dich einfach mal los. Ich meine, du hast eh noch keine Punkte. Okay. Ich habe 30.000 Punkte im Arsch. Das war nichts. Unfassbar. Jetzt ist es noch drei, dass es kommt. Ja, danke. Guck mal. Ich habe doch noch ein Warteseli was. Ja, aber... Du hättest dich von deinem komischen Kluckerseil da runterlassen müssen. Nein. 100 pro. Nein, du willst nur, dass ich auch noch was verliere. Also, ich finde, diese letzte Minute des Passkanzel dafür nutzt, um das rauszufinden. Auf keinen Fall. Auf keinen. Hä? Das geht nicht. Der kann aber so hoch. Alter, du fährst auch einfach noch eine Brücke aus. Der kennt sich hier aus. Alter, Tor... 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 Wie heißt er denn, Mann? Benutzen Sie Gegengewichte, um die Brücke auszufahren. Torchok heißt er. Torchok. Ist die Weiteentwicklung von Schillock? Oh, Torchok. Was? Alter, Lara. Ich dachte kurz, ich wäre Lara, aber nee. Nee, ich bin Torchok. Geht es jetzt noch wieder zurück, die Brücke? Nee, also wir haben das echt. Nein, wir haben das aktiviert. Warte, ich falle. Hier ist was Geheimes. Ja eben. Ja, 100 pro das Bar war ja auch schon so. Wie, du hast es abgefackelt? Du hast die Bombe da gelegt. Das war gut von mir, aber es hat überhaupt nichts gebracht. Doch, hier kann man das irgendwie... Hä? Hä? Zerstöre die 5000 geheimen Wandteppiche. Da oben ist noch ein geheimer Wandteppich. Ja gut, aber ob dieser Wandteppich entscheidend ist für die Spinnenluft? Nein. Achso, wollte ich gerade sagen, die erfahren vielleicht auch beim nächsten Mal. Achso, ja, erfahren wir auch beim nächsten Mal. Wer das wieder heißt? Lara Craft. And the Guardian of Light. Mit dem Bip. Und dem Bob. Ja, Daumen hoch, Glocke aktivieren, den Krieg aktivieren und dann bis zum nächsten Mal. Oh, den Krieg aktivieren ist stark. Ja. Oh, ich liebe das, wenn der Krieg aktiviert ist. Ich würde auch noch mal eine Open Petition starten, aber dazu mehr im nächsten Part. Ja.